PCs selber bauen lohnt sich nicht mehr für den Preis von diesem Geekom A5 Mini-PC mit einem Ryzen 7 eingebaut. Da kann man sich für das Geld keine einzelnen Komponenten kaufen, sich selber keinen PC zusammenbauen, der billiger ist. Dieser Mini-PC ist deutlich billiger und auch wenn man die ganze Zeit sieht, die man da rein investiert, ist so ein Mini-PC natürlich deutlich praktischer. Den packt man aus, stellt ihn auf, schließt ihn an und fertig. Eingebaut ist ein AMD Ryzen 7 5800H Prozessor, 8 Kerne, 16 Threads hat er und Grafik ist hier eine AMD Radeon Vega 8, Arbeitsspeicher 32 GB RAM DDR4 und da ist eine NVMe SSD verbaut mit 512 GB. Schnittstellen hat er jede Menge, einmal für den Lautsprecher 3,5 mm Klinke, dann 2,5 Gigabit LAN-Anschluss, SD-Kartenleser ist dabei und natürlich auch der Stromanschluss für das externe Netzteil. Zweimal HDMI-Anschlüsse für Monitore, dann zweimal USB-C kann man auch Monitore anschließen oder andere Geräte, dann einmal USB 2.0 der Klassiker und dreimal USB 3.2, auch Typ A für andere Geräte. WLAN ist natürlich auch integriert, genauso wie Bluetooth und das hat natürlich den Vorteil, dass man auch eine kabellose Tastatur und eine kabellose Maus anschließen kann, ohne da irgendeinen Stecker in USB reinzustecken. Windows 11 Professional ist schon vorinstalliert, braucht man nach dem Einschalten nur noch fertig installieren. Ich habe mal jede Menge Apps installiert und das zeige ich gleich mal, wie gut das hier läuft. Hier CPU-Z und da sieht man den Prozessor AMD Ryzen 7 5800HR, der hat nur 45 Watt TDP. Das ist wirklich nicht viel dafür, dass der eben sehr rechenstark ist und Speicher sind hier 32 GB DDR4. Mehr braucht man da wirklich nicht. Grafik ist hier eine AMD Radeon Vega 8 Grafikkarte mit 512 MB RAM, die eben von den 32 GB abgezogen werden. Bei so einem Mini-PC und bei Laptops zum Beispiel auch ist natürlich immer die Frage, wie sieht es da aus mit der Temperatur unter Leistung. Ich habe hier mal CPU-Z gestartet und da kann ich mal hier die CPU ein bisschen stressen. Auf der linken Seite, da sieht man die Temperaturen, einmal hier 39 Grad von der SSD, hier so 45 Grad im normalen Betrieb. Das ist wirklich nicht warm. Ich klicke mal auf Stress CPU, da geht die Temperatur natürlich hoch. Sieht man hier oben schon, geht es hoch bis 99 Grad, 100 Grad sogar. Die SSD, die bleibt relativ kühl. Die Grafikkarte, da tut sich auch nicht viel, ist ja auch ein Test für eben die CPU. Und der Lüfter, der läuft jetzt an, das hört man hier, läuft jetzt so ein paar Minuten. Temperatur ist stabil, hier haben wir 94 Grad, also der kühlt schon sehr gut und das funktioniert auch. Die SSD wird nicht besonders warm. Ich gucke mal hier bei CPU, der 5800H. Ryzen hat ja einen Standard-Takt von 3,2 GHz, geht bis maximal 4,4 GHz hoch. Hier läuft er jetzt mit ungefähr so 3,1, 3,2 GHz. Ich klicke mal auf Bench, klicke hier mal auf Stopp und da fallen die Temperaturen natürlich auch jetzt wieder recht schnell. Bluetooth ist eingebaut in den Mini-PC. Das ist wirklich praktisch, weil dann spare ich mir hier vorne den USB-Stick. Diese Maus, das ist eine Maus, die habe ich extra nochmal gekauft. Link unten in der YouTube-Video-Beschreibung. Da hat es hier einen Schalter, da kann ich umschalten zwischen 2,4 GHz, also hier dem USB-Adapter und Bluetooth. Und jetzt läuft die auf Bluetooth, kann ich den Adapter rausnehmen und kann die Maus nach wie vor benutzen. Habe ich wieder eine freie Schnittstelle. An den GECOM A5 Mini-PC kann ich bis zu 4 Monitore gleichzeitig anschließen. 2 Monitore an HDMI mit 4K und nochmal 2 Monitore an USB-C mit 8K. Was kostet der GECOM A5 Mini-PC? Nur 429 Euro zurzeit. Link findet ihr unten in der YouTube-Video-Beschreibung und in den Kommentaren. Und da gibt es auch nochmal einen Rabattcode, dann ist es noch ein bisschen billiger. Und für das Geld kann man sich definitiv aus einzelnen Komponenten keinen eigenen PC zusammenbauen, der diesem hier entspricht. Wenn man sich so einen PC selber zusammenbauen möchte, braucht man natürlich zuerst mal ein Gehäuse, PC-Gehäuse. Was kosten die? So 70 Euro, 100 Euro, 120 Euro. Es gibt auch billigere, aber wenn man ein Gescheites haben möchte, muss man schon 80 Euro ausgeben. Dann braucht man natürlich Mainboard, Prozessor, Lüfter und RAM. Das gibt es hier so im Kit, das es ganz praktisch kostet. Hier 389 Euro, das ist ein Ryzen 7 5800 und da sind auch schon 32 GB RAM dabei und ein Mainboard und der Lüfter. Eine Grafikkarte braucht man natürlich auch. Die gehen so ab 100 Euro los, war früher immer günstiger, aber natürlich alles teurer geworden. 300 Euro, 303 Euro und so weiter. Aber 100 Euro ist einfach so die günstigste Grafikkarte. Ein Netzteil braucht man natürlich auch für seinen PC. Gibt es für 50 Euro, gibt es welche für 100 Euro. Im Schnitt für ein gutes PC-Netzteil für dieses System muss man so 60 Euro ausgeben. Dann braucht es natürlich noch Speicher, also eine NVMe-SSD. Hier ist eine 512 GB drin. Ich nehme einfach hier mal eine mit einem Terabyte. Die liegen so bei 45 Euro zur Zeit. Da hat man dann 80 Euro für ein PC-Gehäuse ausgegeben. Nochmal 390 Euro für Mainboard, CPU-Kühler und RAM für das Kit. Dann 100 Euro für eine Grafikkarte. 60 Euro für ein PC-Netzteil. Dann nochmal 45 Euro für eine M.2 NVMe-SSD. Das ist eine Summe dann von 675 Euro. Und da kommen nochmal die kleinen Teile dazu. Und man braucht natürlich noch eine Windows-11-Lizenz. Die muss man da nochmal drauf rechnen. Da hat man dann bei diesem GECOM A5 Mini-PC für 429 Euro mindestens 250 Euro gespart. Und spart sich natürlich auch noch die Zeit für den Zusammenbau. Und auch das Risiko, dass es nicht funktioniert, ist ja bei vielen selbst zusammengebauten PCs so, dass die eben nicht auf Anhieb funktionieren. Und das hat man hier alles nicht. Einfach auspacken, aufstellen und dann kann man schon loslegen. Da kriegt man natürlich auch ein bisschen schickeres Gehäuse in einem schöneren Design. Das ist natürlich auch deutlich kleiner und nimmt auf dem Schreibtisch so gut wie keinen Platz weg. Und es ist auch nochmal so eine Metallplatte dabei. Da kann man zum Beispiel den Mini-PC hinten am Monitor befestigen. Und dann ist er ganz verschwunden vom Schreibtisch. Schaut mal unten in der YouTube-Videobeschreibung und in den Kommentaren. Da findet ihr nochmal einen Rabattcode. Und da wird der Mini-PC nochmal ein bisschen billiger. Wie schnell ist der AMD Ryzen 7 5800 hard? Das kann ich hier mal an der Videobearbeitung zeigen. Da kann ich mal ein Video rendern. Das ist das Video in 15 Minuten zum Linux Mint Profi von letzter Woche. Und hier ist Sony Vegas geöffnet. Und ich starte mal das Rendern. Und dann vergleiche ich das mal mit einem Desktop-PC. Klicke ich einfach auf Starten drauf. Und da ist es jetzt fertig. 17 Minuten 34 Sekunden hat es gedauert, dieses Video zu rendern. Mal zum Vergleich auf einem anderen Desktop-PC auf dem AMD Ryzen 5 2600 mit 16 GB RAM 3,4 GHz Geschwindigkeit. Hat das gleiche Video auch mit der gleichen Software. 25 Minuten und 17 Sekunden gebraucht. Also das Ganze ist hier ungefähr 8 Minuten schneller. Und das ist eine ganze Menge. Wie sieht es aus hier mit der Grafik, mit der eingebauten Grafikkarte? Ich habe mal runtergeladen, installiert, Firmark, einen Grafiktest, GPU-Stresstest. Und ich starte den mal in 1280x720 Punkten. Da kann man das ganz gut immer vergleichen. Das Ganze läuft jetzt ungefähr so 2 Minuten. Und da sieht man die Temperatur. GPU 1 der Sensor 64 Grad. Auf der rechten Seite habe ich mal dazu geöffnet den Hardware-Monitor. Da habe ich hier verschiedene Sensoren. Einmal 83 Grad, dann hier 65, 69 Grad. Und da kann man das Ganze so auch entsprechend rauslesen. Und Frames pro Sekunde sind hier 28, mindestens 27, höchstens 30. Und ist natürlich ganz klar, dass eine große Grafikkarte wesentlich schneller ist. Aber zum Spielen reicht das hier auch. Spielen kann man mit dem Mini-PC auch ganz gut. Hab mal installiert, Doom. Dann habe ich hier mal GTA 4 installiert. Und die kann ich mal starten. GTA 4 läuft da absolut problemlos drauf. Auf dem Mini-PC, da ruckelt nichts. Und das ist genauso zu spielen, wie auf jeder anderen Spielekonsole oder auf einem Gaming-PC. Doom läuft da auch ohne Probleme. Das ist ja grafiklastig. Und das läuft auch komplett ruckelfrei. Gibt es auch sonst keine Einschränkungen. Und das funktioniert richtig gut. Ich habe nochmal den Gerätemanager geöffnet. Auf der rechten Seite. Und hier links nochmal Systeminfo. Da sieht man nochmal was eingebautes. Das ist der AMD Ryzen 7 5800 hat 3,2 GHz mit 32 GB RAM. Das Ganze natürlich 64 Bit. Und da ist Windows 11 Professional installiert. Und hier im Gerätemanager auf der rechten Seite sieht man dann Bluetooth. Die AMD Radeon Grafik. Dann Alexa SSD 512 GB. Und dann eben nochmal den Prozessor. Das Praktische ist aber eben bei diesem Mini-PC, dass man den einfach auspackt, hinstellt, anschließt und hochfährt. Und dann hat man Windows 11, wie man es hier sieht. Da braucht man nichts zusammenbauen. Da braucht man nichts konfigurieren. Da muss man keine BIOS-Updates machen. Alles schon installiert. Und das spart natürlich jede Menge Zeit. Verglichen mit einem Eigenbau, den man sich irgendwo zusammenkauft aus verschiedenen Komponenten, wo man nie weiß, ob das jetzt wirklich funktioniert. Dann zahlt man mehr Geld mittlerweile, was früher ja nicht der Fall war. Und dann hat man noch das Risiko, dass es eventuell nicht alles kompatibel ist. Früher war das ja tatsächlich so der Fall gewesen. Da hat man sich Komponenten gekauft. Ein Mainboard, ein Prozessor, ein Gehäuse und die anderen Komponenten dazu. Hat ein PC selber zusammengebaut. Und das war dann meistens ein paar hundert Euro oder D-Mark billiger, als eben was fertig zusammengebaut ist. Aber das ist heute nicht mehr so der Fall. Also heute ist ein Laptop, ein Mini-PC deutlich billiger als das, was man sich selber zusammenbauen kann. An Office-PC, an Gaming-PC. Und die Geräte sind dann meistens auch noch schneller. Und man spart sich eben wirklich viel Geld heutzutage, weil die einfach zusammengebaut billiger sind, als wenn man sich das selber baut. Schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr euch eure PCs selber baut oder mittlerweile fertig kauft. Interessiert mich auf jeden Fall andere Zuschauer mit Sicherheit auch. Gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Guckt mal unten in der YouTube-Videobeschreibung und in den Kommentaren. Da findet ihr die Links zu eben dem Mini-PC und auch zu dem Rabattcode. Und besucht mal die Seite tooltime.de und die Seite tooltime.pedia. Auf der Seite tooltime.de findet ihr über 380 Anleitungen und Tutorials, wie ihr euren Rechner installiert, wie ihr euren Rechner repariert, wie ihr euren Rechner schneller macht, wie man Windows 10, Windows 11 oder Linux installiert oder wie man sein Notebook auseinanderbaut und repariert oder seinen Drucker repariert. Besucht mal die Seite tooltime.pedia. Das ist diese hier. Tooltime.pedia ist ein Hardware- und Software-Archiv aus den letzten 30 Jahren. Da findet ihr Hardware und Software. Da findet ihr Mainboards, Grafikkarten, Prozessoren, Spielekonsole, Videospiele, was sie damals konnten und was sie damals gekostet haben.